Was ist für mich und für das ganze Team bei Adaptricity eine Bestätigung unserer Bemühungen der letzten fünf bis zehn Jahre? Wir hatten es ja schon angesprochen, vor zehn Jahren mussten wir, wenn wir mit Netzbetreibern geredet haben, noch sehr viel darüber sprechen, ob es überhaupt Digitalisierung braucht, ob weitergehende Netzanalysen nötig sind. Und oft wäre die Antwort gewesen, nein, in der Alltag gebrachten Art ist doch eigentlich alles gut, so wie es ist. Mittlerweile reden wir bei Digitalisierung im Stromnetz eigentlich nur noch darüber, wann wir anfangen und was wir genau als erstes machen. Aber die Frage, ob Digitalisierung Sinn macht und Wert stiftet, die stellt sich nicht mehr. Und da bin ich sehr froh, dass wir da diesen Weg weitergegangen sind und die Industrie ein Stück weit innovativer gemacht haben. Und ich sehe daher diesen Preis als große Bestätigung unserer Bemühungen. Die digitale Entwicklung ist einerseits eine große Herausforderung, andererseits aber eben oft auch eine sehr gute Lösung, um Komplexitäten zu meistern. Und gerade im Bereich der Netze sehen wir, dass wir mit digitalen Lösungen die Datenverarbeitung vorantreiben können und zu effizienten Lösungen hintreiben können. Und da zeigt dieses Projekt wunderbar, was eben möglich ist, wurde, was möglich wurde und immer mehr auch nutzbar gemacht werden muss, damit wir den Ausgleich und das Management der Netze eben positiv realisieren können. Diesen Beitrag finde ich sehr wichtig und darum habe ich mich enorm gefreut, dass auch dieses Projekt zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gehörte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.